Hey Leute, cool dass ihr hier reinschaut und ich habe eine übelst traurige Nachricht eigentlich. Der Gewinner S-Bike 10 ist gar kein Gewinner, weil sein Haus ist nachgebaut. Und für mich ist das ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend, weil ich habe einfach damit gerechnet, dass Leute auch ehrlich sind und dass Leute, wenn sie etwas nachgebaut haben, das auch verraten. Aber das Haus ist nachgebaut und Daniel, du hast mir das irgendwie auch nicht gesagt. Und ich finde das ehrlich gesagt wirklich enttäuschend. Ich bin voll traurig darüber und deshalb natürlich auch die Disqualifikation. Also dein Haus ist schon runter von der Hall of Fame, ist da nicht mehr drauf. Ich habe nachgeguckt, das ist halt von einem Typen, der hat nur 8000 Abonnenten und ist Amerikaner oder Engländer oder so. Ich kannte den Typen nicht und das Video nicht. Aber es ist auf jeden Fall nachgebaut, schon zwei Jahre alt ist dieses Video. Und deshalb natürlich die Disqualifikation. Ich habe hier übrigens noch die Karte mit Unterschrift. Also ich habe das noch nicht abgeschickt zum Glück. Das heißt, die bekommst du auf jeden Fall auch nicht. Aber wir haben einen neuen Gewinner und das ist jetzt die fröhliche Nachricht. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Musik dafür. Musik? So, jetzt ist da ein bisschen Musik am Start. Und genau, der neue Gewinner, das ist das Haus Nummero 4, glaube ich. Also jedenfalls ist es das rote Haus und es ist der User. Jetzt muss ich einmal nachgucken. Just 8Z-Unden. Herzlichen Glückwunsch an dich. Du bist jetzt der aktuelle Gewinner. Und bei dir, ich hoffe jetzt echt, dass dieses Haus nicht nachgebaut ist. Ich habe noch mal ein bisschen gesucht bei YouTube, noch ein paar Häuser. Ich habe das nicht gefunden. Also dementsprechend, ich denke mal einfach, dass du dieses Haus selber entworfen hast. Herzlichen Glückwunsch an dich. Auch du bekommst natürlich eine Autogrammkarte. Da ist jetzt auch noch nicht unterschrieben. Das mache ich jetzt sofort. Hier mit meinem schönen Edding. So, jetzt ist hier auch unterschrieben für dich. Also das bekommst du per Post. Und am besten melde dich auch einfach bei Skype. Wir machen ein Video zusammen, wo du dein Haus dann nochmal vorstellen kannst. Das andere Video von S-Bike, das ist schon gelöscht. Das findet ihr überhaupt nicht mehr auf YouTube. Das ist komplett weg. Aber wir machen zusammen noch ein Video. Tut mir leid, dass es jetzt alles ein bisschen verzögert ist. Aber in nächster Zeit einfach, wenn ihr seht, irgendjemand hat ein Haus nachgebaut, sagt mir sofort Bescheid. Nicht, dass es wieder zu so einem Fall kommt. Das ist mega kacke für alle. Für euch, für mich. Ich finde das einfach kacke. Und übrigens, S-Bike für die nächsten zwei Runden würde ich sagen, war es das mit dem Gewinner. Also du kannst nicht mitmachen. Disqualifiziert. Sorry, tut mir leid. Aber für Leute, die nicht ehrlich sind. Und ich finde Ehrlichkeit, das ist eine Eigenschaft, die ist sehr wichtig. Also wenn Leute nicht ehrlich sind und kein Vertrauen da ist, sorry. Dann hat man bei mir ein bisschen verkackt. Aber das Gute, wir haben einen neuen Gewinner. Herzlichen Glückwunsch an dich. Und ich hoffe, dass wirklich alle anderen sich auch mitfreuen können. Ich hatte vorhin das Gefühl, dass manche Leute sich nicht mitfreuen können und einfach so sagen, so kacke, wieso habe ich nicht gewonnen? Jetzt ist alles kacke. Disliken Videos, schreiben alles kacke. Also keine Ahnung. Freut euch doch einfach mal für den Gewinner. Es ist doch mega cool und es kann halt nur einer gewinnen, ist klar. Aber man hat ja jede Runde wieder neue Chancen. Und dementsprechend macht einfach, seid wieder dabei, macht wieder mit in der nächsten Runde. Vielen Dank für die Leute, die schon gespendet haben. Das will ich jetzt auch nochmal sagen. Ihr seid natürlich auf der Website verlinkt. Und ich würde einfach mal sagen, melde dich bei mir per Skype. Denk an den Gewinner. Melde dich per Skype bei mir. Und wir machen dann das Video zusammen. Ich hoffe, dass wir das so schnell wie möglich hinkriegen. Und das war's. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.